Die erste Meldung vom Ingolstädter Volksfest. Freunde, macht euch keine Sorgen, mir geht's gut. Und von dem Fahrradreifen, dem kleineren da, werde ich euch später mal die Aussicht über Ingolstadt zeigen. Ich muss mich langsam auf den Weg machen, ich glaube es zieht ein Gewitter auf. Mach nochmal! Yeah! Ihr wisst, ich scheue keine Angst, für euch werde ich mich todesmuldig in dieses Abendbauer stürzen. So, nun geht die rasende Fahrrad los, meine Freunde. Yeah! Jetzt schau ich jetzt wie Sau. Haha, das ist lustig. Hier seht ihr das Ingolstädter Münster. Aber ehrlich gesagt, 4 Euro für diese eine Runde ist ganz schön heftig, Freunde. Ich glaube, jetzt schmeißen sie schon wieder raus. Geil, ich krieg eine Vollgasrunde, nun geht's am Aufentür. Jetzt wollen wir mal gucken, ob ich euch die Audi zeigen kann. Ich glaube, wir kaufen jetzt an einem Ost. Ich glaube, wir kaufen jetzt an einem Ost. bis zum nächsten Mal wieder auf. Aber wenn wir hier nehmen, dann verleihen wir uns nicht. Wir haben einen Berg. Ja, das ist nicht so, wir können. Wir haben noch mehr zuerst, auf den Weg mal wieder raus. Wir haben mich ohne, dass es nicht so wäre, wir helfen, wir haben zu wissen. Schön ist es immer wieder, wenn es los ist. Dann kriegt man fünf, sechs Sonderrunden, also kann ich mich gar nicht mehr beschweren, würde ich mal sagen. Aber Münster machen wir jetzt mal größer hier. Ohne Wackeln ist es gar nicht so einfach. Ich bin bei zehn, ich bin bei fünf Sonderrunden. Und ich konnte nicht immer mehr wütend sehen. Ich bin bei fünf Sonderrunden. Ich bin bei fünf Sonderrunden. Ich bin bei fünf Sonderrunden. Und ich bin bei fünf Sonderrunden. Ich bin bei fünf Sonderrunden. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020